Und ich bin von der Künstlerhaus Kriese und ich will eigentlich nur Dankeschön sagen an das Quorum-Kollektiv, das wir heute hier sein können und die uns als Host hier anmerken lassen. Dann ganz lieben Dank an die Finanziers, das ist aber die Beauftragte für Kultur und Medien der Kultusrepublik Deutschland und dem Soziokultur und dem Programm Deutschlandkultur. Und auch der Beauftragte für Kultur und Medien der Stadt Hamburg. Das sind alles unsere Sponsoren, die das hier als möglich gemacht haben. Gut, und dann natürlich an das Abbildungszentrum, die Produzenten der ganzen Veranstaltung. Ich gebe jetzt heute an Fabian, der auf Englisch spricht. Hallo, ich sage das mal. Hello and welcome to our exhibition, to our virtual exhibition, Waves 2, here at Quorum-Kollektiv. And I would like to thank Thomas and Möboku to be here with me on stage and the artists joining the exhibition. That's Shainas Akarin and Tom Geibel-Lane. Tom is also responsible for the virtual exhibition room and he's part of Quorum-Kollektiv who are hosting us here today in this analog end of the virtual exhibition. In a few minutes, sorry, in a few minutes we will start with a live performance by Arekaban and Isturiz. The two will do a live improvisation based on what Avatar experiences walking through the exhibition. The concert will last about 20 minutes and after that all of us will be here and we will also be there in the virtual room. Feel free to chat with us, meet up and talk about the exhibition and everything that you wish to know. One technical detail, if you still, if your view is still blocked by this one.